Eine Luftmassengrenze teilt Deutschland. Wir haben auf der warmen Seite eher die dichten Wolken, teils mit Regen und auf der kühleren Seite etwas trockener Luft. Da kann auch ab und zu mal die Sonne rauskommen. Und wenn wir es noch weiter aufziehen, sehen wir, dass besonders über Nordskandinavien die eisige Luft da ist mit den dunkelblauen Farben. Und Richtung Südwesten wird es immer wärmer, in Spanien sogar schon zumindest mal teilweise sommerlich. Und die Strömungssituation ist so, dass wir jetzt doch immer mehr dann auf die warme Seite kommen in den nächsten paar Tagen. Die Luftmassengrenze wandert allmählich weiter Richtung Ost-Nord-Ost. Und man sieht es hier sehr schön, diese Luftmassengrenze dann später als Warmfront übers Land hinwegzieht. Die bringt doch insgesamt ein graues Bild. Und hier tun sich Lücken auf, aber noch nicht am Vormittag überall. Da haben wir nämlich zwischen Berlin, Leipzig und Dresden auch eine kompakte Wolkendecke mit etwas Regen, Böger, Wind. Dann daran anschließend doch ein paar Wolkenlücken. Schon mit ein bisschen Sonnenschein im Südwesten taucht die Luftmassengrenze auf. Mit ein paar Regentropfen, bisschen Regen. Nieselregen ist hier dabei. Vom Schwarzwald bis zum Allgäu etwa. Und am Nachmittag wird sich diese Luftmassengrenze langsam vorarbeiten Richtung Niederrhein, Rhein-Main-Gebiet, Hohenlohe. Und auch Werdenfelserland, eben südwestliche Bayern auch davon betroffen. Ansonsten haben wir eine Mischung aus vielen Wolken und ab und zu ein paar sonnigen Phasen. Die Temperaturen. Und hier sieht man eben den Unterschied. Im Südwesten ist es sehr mild mit 10 bis 13 Grad. Ansonsten auch nicht gerade winterlich, aber zumindest kühler als dort mit 5 bis maximal knapp 10 Grad. Der Wind, der am Anfang hier noch recht kräftig bläst, schwächt sich ab. Zur Mittagszeit noch 5 bis 6 Windstärken im Norden und im Südwesten ist kaum Wind. Zur Mittagszeit noch 5 bis 6 Windstärken im Norden und im Südwesten.